Musik Mein Name ist Rüdiger Baldauf und ich spiele leidenschaftlich gerne Trompete. Wenn man ein Instrument lernt, dann lernt man sehr viel über seine Persönlichkeit kennen. Alle Stärken und Schwächen. Deshalb ist es eine sehr intensive Auseinandersetzung mit sich selbst. Gerichtet ist der Workshop an Verzweifelte, die vielleicht keinen Rat mehr wissen, an Anfänger, an ambitionierte Amateure und an Profis, die einfach den letzten Schliff haben wollen. Wichtig ist, dass man offen ist für neue Ideen und meine Aufgabe besteht ja eher daran, den Teilnehmer da abzuholen, wo er sich gerade befindet. Ich glaube, dass es einige Überraschungen geben wird, weil viele Trompeter vielleicht seit Jahren schon Probleme anders lösen, als ich ihnen vorschlagen werde. Der Workshop ist in der Regel so aufgebaut, dass ich ein bisschen aus meinem Leben erzähle und die Teilnehmer dann relativ schnell entdecken, dass ich einer von ihnen bin. Nämlich nicht irgendwie so ein Überflieger, der alles konnte, sondern der es auch gelernt hat und der auch Krisen hatte und der immer an sich gearbeitet hat, um noch ein Stück weiter zu kommen. Wir werden gemeinsam spielen. Ich werde natürlich auch was vorspielen. Wir werden das eine oder andere auch diskutieren. Es gibt zu viele Wege. Man muss seinen individuellen Weg finden und den versuche ich, mit den Teilnehmern zusammen zu finden. Ja, Trompete spielen ist einfach zu komplex, um es wirklich ganz alleine zu schaffen. Deswegen würde ich euch raten, einfach in den Kurs zu kommen. Ich habe nämlich eine sehr schlüssige Anleitung in der Tasche und würde euch gerne davon überzeugen, dass sie auch auf euch passt. Also kommt einfach vorbei und wir haben zusammen Spaß beim Trompete spielen. Bis dann. Bis dann.